Was haben Sie persönlich von der Veranstaltung heute mitgenommen? Dass ich darüber nachdenke, mir so ein Zerrick zu kaufen. Das sieht so aus, als ob das mittlerweile so bedienerfreundlich ist, dass man das in der Praxis gut anwenden kann, relativ problemlos. Auch lernen kann. Jetzt wollen wir uns um die Weiterentwicklung kümmern und das ganz neue Gerät anschaffen. Deswegen sind wir hier und gucken, wie das sich so präsentiert. Ich habe mal wieder gelernt, dass man auch in die Zukunft blicken muss. Und dass man sich nicht auf dem ausruhen darf, was man vielleicht gewohnt ist, sondern dass man immer innovativ bleiben muss. Man möchte jetzt nur noch ans Gerät und selber mal ausprobieren, ob es sich wirklich so einfach angehen lässt, wie es da gezeigt worden ist. Das ist ja einfach einzigartig und das erspart wirklich auch sehr viel Zeit, auch für den Patienten, für den Behandler und ist einfach auch eine tolle Sache. Und da gibt es nichts, wo man eigentlich skeptisch sein müsste. Dass man an der Technologie als moderner Zahnarzt vorbeikommt, kann ich mir nicht vorstellen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir das hier kriegen. Ich bin zufrieden mit unserem Span. Es war eine Gemeinschaftsarbeit. Es war eigentlich relativ einfach. Sieht doch gut aus. Perfekt. Ich denke, das, was wir gerade im Kurs gelernt haben, dass das doch schon so innovativ ist, dass man keine große Einstiegszeit braucht. Das ist mein spontaner Eindruck. Der Grunde in der Tattoo. Du hast einen Glocken-Glocken-Glocken-Glocken-Glocken-Glocken-Glocken-Glocken-Glocken-Glocken. Und das hat sich auch noch deutlich, dass wir das nicht mehr Anteil im Kurschen haben, dass das das neue Kurschen haben, eine Chance verabene Geist hat, dass wir den Kurschen haben. Das ist eine große Handelskarte-Glocken-Glocken-Glocken-Glocken-Glocken-Glocken.